Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal des Reflux-Zentrums Ruhrgebiet. Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Sie haben das Rendezvous Ihres Lebens. Ein netter Abend in einem Restaurant, ein guter Wein, Kerzenschein, ein fantastisches Essen. Doch plötzlich nach dem Essen verspüren Sie ein unangenehmes Gefühl im Oberbauch. Dann ein Brennen hinter dem Brustbein. Nein, das ist jetzt nicht das Feuer der Leidenschaft, das Ihnen brennt, sondern das typische Erscheinungsbild von Reflux. Was ist passiert? Es sind mehrere Faktoren, die hier zusammenkommen. Sie haben Alkohol getrunken, Sie haben einen erhöhten Stresslevel, Sie haben reichhaltig, möglicherweise fettig gegessen. All das sind Trigger, die Reflux auslösen können. Auf unserem YouTube-Kanal informieren wir Sie rund um das Thema Reflux. Wir geben Ihnen Tipps im Kampf gegen die Beschwerden. Wir vom Reflux-Zentrum Ruhrgebiet sind für Sie da, wenn es brennt. Genau, wir segen, dass Sie das frames rauskommen.